Ja und damit herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead Destinies. Wir haben uns das Gefängnis Das sind doch alles. Dass Maggie, Rick und T-Doc gut sind. Was stand da? 47 Punkte? Tatsächlich. Kann man ja so gut wie alles im Moment nehmen. Achso. Ah, und wieder was vergesst du da noch? Da muss ich ja mal eben anders machen. So. Ha! Oh nein, oh nein, oh nein. Ach, hier hat Stoß. Was hat man hier unten? Stichmeister. Das wird großartig. Das wird großartig. Zwölf Schuss jetzt pro Ladestreifen. Und erhöht den Scharfschützengewehr Schaden um 50%. Das wird großartig. Gut. Da hinten ist wieder ein Konflikt. Den werden wir gleich auflösen gehen. Karl, wie geht's dir? Sind wir sicher? Ja, hier drin ist was halt nicht sicher. Warren. Kann sogar mit ihr sprechen. Ne, sie sagt nichts sonst. Hallo? Hallo, Andrew. Aber du bist unwichtig. Denn du wirst hier nicht aufgeführt. Und es könnte sein, dass du schnell drauf gehen wirst. Das ist ja wenigstens etwas, was du an unsere Leute glaubst. Ja, gib doch. Fragt aber, wer Ratschläge gegeben kann und sagt dann nichts. So, Konflikt. Zwischen... Das müsste die ganze Zeit hier, ne? Äh, Maggies Freund, wie ist er noch? Glenn, genau. Schau an das. Hör auf mich. Ich mache nichts falsch. Hey. Als Merle gerade vorsichtig seine Waffe reinigt, kommt Glenn wütend zu ihm. Was hast du denn für ein Problem, Merle? schreit Glenn. Ich? Ist das dein Ernst? Pitzer Junge? Prinz Merle. Du hast das Problem. Was ist denn los mit dir? Wegen dir ist alles den Bach runter gegangen, erläutert Glenn. Du hast angefangen zu schießen, wie immer. Das hat die Beißer angelockt und deshalb mussten wir die ganzen Vorräte liegen lassen, um lebend rauszukommen. Die Beißer waren eh schon da, sagte Merle. Oder was meinst du, auf wen ich geschossen habe? Du hast sie erst zur Party eingeladen, entgegnet Glenn. So, Glenn besänftigen, verteidige Merle. Ha. Das ist jetzt natürlich ein Konflikt, der in der Serie nie gewesen ist. Also, einerseits, denke ich mal, sagten wir die Wahrheit. Er hat angefangen zu schießen, um Beißer von der Gruppe fernzuhalten. Andererseits hat Glenn natürlich auch recht, dadurch hat er noch mehr Beißer angezogen. Ich verteidige Glenn mal. Geh mir eine Pause. Geh mir eine Pause. Ermus Cancer. Es war ziemlich weit weg. Figurte wir die resten der nächsten Tage zusammen mit dem Land sehen. So, ich habe das R.V. Das ist nicht ein 5-starer Hotel, aber was ist es diese Tage? Ja, da sind wir ja gerade bei. Das versucht der gute Shane ja jetzt, ne? Dass wir uns in Sicherheit befinden. Jawohl. Was ist denn mit der Kamera heute los? Ja, da könntest du zurecht haben. Das haben wir unter anderem, der ist äh, der ist schon öfters bemerkt, wenn da eine Rorde hinter einem her war. So. Haben wir hier noch irgendwas? Das können wir gleich suchen. Ne, haben wir nicht. Gut. Dann an die Missionsdafel. Oh, nein. Verschützend. Wie ein Pistole und Machete. Gute Hauptnession. Hol die Waffen aus der Waffenkammer im Keller des Gefängnisses. Gibt keine Nebenaufgabe, ne? Das Gefängnis hat Potenzial, aber den Überlebenden fehlt das, was sie brauchen, um es zu beschützen. Verschill hat die Aufgabe, den Kellner nach einer Waffenkammer zu durchsuchen, in der sich immer noch wertvolle Waffen finden lassen könnten, die die Gruppe zur Selbstverteidigung braucht. Gute. 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 Kamera. Ich nehme das. Danke. Das wird die Arbeit gemacht. Los geht's. Oh nein. Walkers. Hallo, gehst du mal? Das war's. Das war's. Das war's. Stampfen! Hallo! Willst du mich verarschen? Du stehst doch vom Gesicht zu ihr und schlägst nach hinten! Schöpfen! Geh mal, New Yorker! Da ist so viel besser! Jetzt können wir uns etwas sehen! Wir sehen uns noch etwas! Oh, da gehts! Da gehts ja weiter! Da gehts ja weiter! Ach, guck mal! What? Let me go! Ich habe aber echt im letzten Moment erst gesehen! Wie steckt er sich da hinter der Tür? Was haben wir eigentlich in der Hand? Ja, danke! Ah, ich hab's gewollt die Granate! Ich muss den Öl wegnehmen! Ähm, das habe ich nicht wirklich weggebracht! Ich nehme das, danke! Ich nehme das, danke! Eh, wir versuchen den Dabarisch offen! Ah, mein blood ist poolin'! Ah, ich kann mich nicht wegnehmen! Okay, go! Nichts zu finden! Wir werden die Zellen garantiert irgendwie... Irgendwann mal öffnen! Ist ja immer was drin zu finden! Ich weiß nicht, ob ich... Ich weiß nicht, ob ich... Zwei Schuss! Echt jetzt! Oh, der hat keine Ersatzmunition! Nichts zu finden! Ich muss in die Sicherheitsruppe kommen! Ja, ich sehe dich, Madame! Ich sehe dich! Oh! Oh! Oh, der ist weiter! Kommt nachher! Ah! Ah! Irgendwann! Oh! Oh! Oh, das ist ja so. Oh! Oh! Ich bin aus dem, danke! Ich muss die Zweck entfernen! Ich kann mich nicht mehr aufhören. Ich kann mich nicht mehr aufhören. Gut, dass ich! Uah! Okay! Geh doch! Ich hab nicht mehr drauf welche Tassenkumpi es war, wenn du dir das Zeichen zeigst für Messer. Ich hab nicht mehr drauf welche Tassenkumpi es war, wenn du dir das Zeichen zeigst. Geht es? Irgendwo. Ach, hier war's. Hier haben wir noch mal ein Meditim. Jackpot! Hey! Ich dachte, ich hätte die Steine eingeschlossen. Ich gehe! Jackpot! Ich nehme das, danke. Ich muss den Schein entfernen. Ich nehme das, danke. Ich nehme das, danke. Ich nehme das, danke. Ja. Jetzt sind wir hier. Security Room, da ist er laut. Ich nehme das, danke. Ich nehme das, danke. Das war der Knopf. Sollen wir das schon nehmen? Bewahren. Lass uns auf. Erstmal hier rum. Reine. Und gehen. Was? Achso. Ja. Ich sollte es auch schon treffen. Ach komm schon! obstacles. Man! Jackpot. Jetzt kommen wir weiter zu nehmen. I need to take the edge off. Got it. Okay, okay, okay. Oh, muss Dauer wieder aufbauen. Oh, mein, zu spät. Oh, falsche Taste. Verdammt. Ah, kommt schon. Ich hab doch... Oh, es ist so dunkel hier gerade. Ich hatte doch die Taste gedrückt um zu messern, Mann. Don't mind if I do. This helps. Don't mind if I do. Ah, hier sind wir. Ja, das Messer ist... äh, das Gewehr ist wirklich da drin. Und um da dran zu kommen... Ne, da ist das Gewehr. Und um da dran zu kommen müssen wir... ... die Zellen öffnen. Zeit, um die große Schäden zu bringen. Was? Ah. Gucken. Es gibt die Zellen nur. Gucken wir nicht. Wir haben einen Weg, um das Tor zu öffnen. Ich muss einen Weg finden, um diese Tür zu öffnen. Oh. Ich nehme das, danke. Das war so klar. Ich hab's ja eben gesagt. Was? 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 Der. Wollt. Wollt. locken locken mit der granate landers capers Jetzt müssen wir mal einen Weg zurück finden. Nimm die Tasche. Welche Tasche? Ach, die. Ich muss hier rauskommen. Mehr Ammo sind immer willkommen. Nachladen. Wie war das? Ich kann jetzt nachladen. Ich bin aus Ammo. Lock und Lone. Jetzt ist die Frage. Haben die da nur eine bestimmte Anzahl an... Ich wollte gerade sagen, ein Freak. Ich bin hier an Zombies, an Weißern. Eingebaut. Wenn alle besiegt sind, kommen sie einfach durch. Ich bin hier in guter Use. Tschüss. Oh. Schuss haben wir noch 30. Ich bin gerade nachgeladen los. Ich weiß gerade nicht, wie Reload ist. So, machen wir das so. More ammo is always welcome. Oh. Yes. 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 Das scheiße Ruckel hier. Yes. 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 What? Kommt man da eigentlich? Nein, kann man nicht. Warum kommt der eigentlich nicht? Der muss den Krachter auch hören. Ach nee, so geht das dann. Alles klar. Moment. 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 Ja. Moment. Und da kommen wir jetzt unendlich. Moment. 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 Das ist nicht jetzt verarscht, ja. Aber schon. Nein. Genau. Wir werden erstmal hier wieder auffüllen. Ach. Ach. Ey. Also ich habe in Days Gone ja schon gezeigt, dass ich schlechter Schutz bin. Aber so schlecht? Hörschel. Warum geht der mit dieser scheiß Ansicht? Diese Dunkelwucht. Ich hab die mit. Mehr Walkers! Woher kommen sie? Ich hab ihn. Das ist noch nicht. Ich hab ihn. Ui! 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 Sieht aber mit dem Leben düster aus. Ich hab doch hier noch eine Granate liegen gelassen. Ach da. Was sind die denn so schnell dieses Mal? Ah! Ich bin noch hier! Warte! 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 Nicht krautschen! Warte! Ach das ist nur eine angedeutete Tür. Ach, komm schon! Warte! Wie scheiße ist das denn hier? Dass es die Tür gar nicht gibt. Nichts. 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 Oh Mann! Ich geh mal in den Krautsch rein. Ich geh mal in den Krautsch rein. Ich geh mal in den Krautsch rein. Get off of me! No! No! All the poor souls who got locked down here. Wieso ist das hier? Ich geh mal in den Krautsch rein. Ich geh mal in den Krautsch. Ich geh mal in den Krautsch. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass du Heilung bräuchtest. Oh, oh. No! No, no! Ei, 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 ei. Komm schon! Lass mich hier durch! Geht's hier raus? Geht's hier raus! You can't kill me! What? Gotta move! I... You can't kill me! I'm coming! I'm coming! You can't kill me! You can't kill me! Get away from me! Help! I can't do this anymore! I'm coming! I'm coming! I'm coming! I'm coming! I'm coming! You can't kill me! You can't kill me! You can't kill me! Where are you going? Where are you going? Wollt ihr mich verarschen? Ich seh überhaupt nichts! Geht euch, man! Geht! I'm still here! Geht euch! T pressures! Det zurä Reedforum, der war! OK... We shouldn't... Wir werden aufwärtsen. Gut. Also das ist ja das überhaupt nicht. Oh, 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 oh. Was? Das konnte ich diesmal nicht selbst entscheiden. Oh, 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 oh. Der nächste Tote, der auf unsere Entscheidungen geht. Hätten wir Rick zum Anführer gemacht, Rick hätte ihn garantiert gerettet. Oder hätten wir die Option zumindest bekommen. Oh. Möschel hat die Gruppe verlassen. Ja, Möschel hat die Gruppe verlassen. Was soll ich sagen? Shane, du bist ein Arschloch. Zum einen hat er Maggie einfach verrecken lassen. Gut, das haben wir natürlich selbst entschieden. Aber diese Entscheidung hat er scheinbar behalten. Im Hinterkopf. Man hat sich jetzt wieder daran erinnert. Bei Hörschel. Ah, verdammt. Jetzt können wir Scharfschütze 3 nicht mehr machen. So, was haben wir denn hier? All die Nachkunftangriffe kosten 15% weniger Aussage. Das wird großartig sein. Das könnten wir jetzt wenigstens noch ausfüllen. Falls wir Daryl auch verlieren. Ähm, Verteidiger reduziert Schrotflintenrücken. Geschaden um 50%. Hey, this'll come in handy. So, und wie es hier im Gefängnis weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Das würde mir das eine oder andere Like und Kommentar wünschen. Natürlich dürft ihr auch gerne abonnieren und die Glocke einschalten. Und dann sage ich, wie immer, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.